Danke an alle, die heute beim Stream dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt, dass du weiter spielst. Nein, mach nur kurz. Ausfahrt ist das. Schieben ein in den Aussehn. Aaaah! Und jetzt schieben ein in den Ofen. Wie die Tiefkühlpizza. Das ist ja fast ein bisschen stolz. Wie die Tiefkühlpizza. Und jetzt zu ist der. Zu. Aber was machen wir ja eigentlich? Was ist das? Ne machen wir alles mit, oder? Ein Flexbag. Und zu. Schnell. Ganz nach dir. Aber bitte lächle mich nicht anders. Nein, das geht nicht. Ich träume halt noch von dem, so gesagt. Aber nicht auf die gute Art. Was müssen wir jetzt machen? Mixed Embalming Fluid in der Pump. Okay. Ich habe noch fürs Geld gedrückt. Entschuldigung. Weil du hast jetzt eh lange. Aber bei dir ist nichts passiert. Du bist nur umeinander gremt. Ja, du hast auch nicht gewusst, was zu machen. Ich komm nicht. Oh, hinten. Rebecca. Rebecca. Geh mal hin. Da steht vor der Hesel. Ups. Es flüstert. Es flüstert. Du musst dich bewegen. Nein. Ja, sicher. Ups. Ich bin mir versichert. Der Nachbar. Ja. 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 Jetzt hinter dir. Oh mein Gott. Hinter dir, ja genau. Hinter mir ist gestanden. Danke. Danke. Hat der gerade seinen Mund bewegt? Ja. Schieb. Nicht, dass du es so sehen. Los. Jo. Schnell. Es geht nicht schneller. Der hängt. Was heißt der hängt? Du siehst was? Nö. Oh mein Gott. 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 Let me in you little bitch. Also jetzt ist mir der Killer sympathisch. Wir sind hier per bitch. Ihhh! Ah! Nein! Ah! Oh! Oh! Ihhh! Wie ist das denn alles? Ah! Was? Hast du den nicht gesehen? Na, was denn? Oh mein Gott, da unten war gerade einer! Na, du verurscht mich! Nein, Aschi, nein! Du musst dann die Aufnahme anschauen! Es war einer! Ich hab den nicht gesehen! Boah, bin ich zerschrocken! Du bist gemein! Ja, was soll ich tun, wenn da einer ist? Ah! Alter, ich wollte mich da verstecken! Wuuuh! Ach, hör auf! Wir spielen danach wieder Disney Dreamlight Valley und alles ist go! Wuuuh! Ihhhh! 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 Der Brot ist zu lang gedauert! Also so Mittelfinger und so Bye I'm out of it! Ja, er hat sie doch! Fick Zeich! Dies ist jetzt... Ah, die Tür ist jetzt... Bei ihr kannst du nichts... So, das heißt, ich schiebe ihn jetzt zurück! Ja, schiebe ihn! Okay, warte, ich muss raufschauen! Ach so, das kann aber auch gefährlich sein, gell? Nee, nee, nee! Das ist ja... Me, me, nee, nee! Me, me, nee! Gell, ganz in den Nacht das...